Das Leben ist unsinnig, völlig absurd. Na, wie ist das Leben zu dir, mein Lieber? Für den Arsch. Auf der Schachtel steht 350 Philips-Kreuz-Schlitzschrauben, hergestellt in Argentinien. Ich mach einer auf, da sind 328 drin und in der nächsten sind 326 drin. 312, 313, 314. Ich sammle Nachrichten, die unglaublich sind, absurde Nachrichten. Nein, nein, ich verstehe kein Wort. Steig ein, steig in das Auto. Verdammt nochmal, steig in das Auto. Er spricht Chinesisch, wieso verstehen Sie ihn nicht? Ich spreche Kondonesisch, er spricht Mandarin, andere Sprache. Leck mich am Arsch. Ah, leck mich am Arsch? Verstehen. Ich hab einen Chinesen bei mir zu Hause, den ich ums Verrecken nicht verstehen kann. Kapierst du das oder kapierst du das nicht, du Sesselfurzer? Hast du dir einen Gehilfen zugelegt? Das ist ein Chinese, der in einer Woche wieder weg ist. Wie, ich muss für dich kochen? Die sind schlau. Die essen Skorpioner, Ameisen. Roberto. Erotto. Wie, hast du dich eben allein gestellt? Nein, 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 das ist nur ein Chinese. Ja, das ist mir schon klar. Ja, melde ihn an. Wir müssen uns eine Frist setzen, sonst explodiere ich. Bumm. Du bist oft knurrig, bist ein Einzelgänger, sensibel, bist gutherzig. Außerdem hast du diesen Blick, der mich verrückt macht. Du bist sehr nett. Das, das klären wir jetzt sofort. In unser beider Interesse. Oh, nein, nein, mach doch Licht, hier gibt es Licht, da ist der Lichtschall. Der macht doch Licht, dann verdammt nochmal. Das, das ist ein해야bait. In unser beidergirl. Ja, es ist wahr. Und du bist so ein